Heute seht ihr die lustigsten Pranks in Minecraft, denn ich werde heute meinen Freund pranken als Geist, werde mich bei Suche verstecken in verschiedene Gegenstände verwandeln und vieles, vieles mehr. Schaut bis zum Ende, um das zu verpassen. Los geht's! La 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 la. Oh, Leute. Ah, da ist Kasper also, ne? Okay, warte, ich werde das mal ganz... Noch bin ich ja kein Geist, Leute. Okay. Ah, meine Kohle, die wollte ich sowieso... Ding Dong, Ding Dong. Was ist los? Ich muss jetzt zum Geist werden, Leute. Achtung. Wow, ich bin jetzt zum Geist geworden, Leute. Wer ist hier? Wer hat denn hier gerade geklopft? Hier hat doch gerade eine, ist die Klingel kaputt, oder was? Hier hat doch gerade eine geklopft. Hier eben, oder was? Leute, er checkt dich, das ist gerade geklingelt. Der ist doch hier langgelaufen, oder nicht? Hallo, ist hier jemand? Ist hier jemand an meinem Haus? Hast du hier gerade geklingelt bei meinem Haus, oder was? Der denkt, dass Chicken hat da einfach gerade geklingelt. Ich weiß auch nicht, wer hat denn da gerade geklingelt, sag mal. Hier oben bei dem Dach, oder? Hä? Hä? Wer könnte da jetzt gewesen sein? Okay, das hat schon mal gut funktioniert, Leute. Das hat schon mal richtig gut funktioniert. Komisch, keine Ahnung, wer da draußen war. Ich... Na, egal, egal, egal. Ich gucke mal hier lieber meine Box, weiter rein. Da! Hier habe ich ja das Essen, was ich brauche. So, nun auch ein paar Blöcke. So, sehr gut. So, Leute, ich baue jetzt mal was ab. Mal gucken, hier ist eine Pflanze. Oh, ich habe was abgebaut, Freunde. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Ich habe was gehört hier draußen. Hallo? Ist jetzt hier jemand irgendwie? Hier hat doch eben gerade jemand was abgebaut, oder nicht? Hier, will mir doch einer einen Streich spielen, oder wie? Oh, Leute, das klappt echt super. Na gut, ich gebe ans Lauf. Ich muss mit Boxen mal über das quatschen. Das kann doch nicht sein, dass hier so kurz... Das hier alles... Das hier irgendwo jemand ist, oder jemand ein Klingelstreich spielt. Das kann ich gar nicht glauben. Okay, Freunde, wir müssen schnell zu meinem Haus gehen, aber sonst ist Kasper gleich da. Schnell, Beeilung. So, da bin ich auch gleich. Okay, Leute. So, bist du zu Hause? Mal klingeln hier. Mal gucken, was aber zu Hause ist hier. Verdammt, jetzt bin ich ein Geist, und jetzt klingelt hier bei mir, Leute. Was soll er jetzt denken? Broxo, mach auf. Hallo, ich bin's, Kasper. Mach auf die Türen hier. Leute, jetzt soll ich mich zurückverwandeln? Was mache ich jetzt am besten? Der scheint nicht da zu sein. Hier drüben. Broxo, bist du am Schlafen? Hallo? Oh, hast du Broxo gesehen? Keine Ahnung, ob der... Anscheinend nicht. Leute, der redet mit Stevie. Okay. Anscheinend weiß er auch nicht. Anscheinend ist Broxo irgendwie unterwegs oder sowas. Ich weiß auch nicht, wo der sein kann, sag mal. Wir können ja mal gucken, ob wir ihn drin finden. Hey, der geht einfach in mein Haus rein, Leute. Ich hoffe mal, dass ich hier rein darf. Ich weiß es aber nicht genau. Guck mal, hier das Bett. Anscheinend ist er nicht da. Guck mal, hier kann ich einfach auch drauf rumschreien. Der hüpft einfach um am Bett rum, Leute. Was soll das denn? Oh mein Gott. Ich meine, jetzt, wo ich schon hier drin bin und er sowieso nicht zu Hause ist, kann ich ja hier auch ein bisschen Faxen machen, oder nicht? Nein, nicht mein Kuchen. Und was haben wir oben? Der hat sich gerade mal Kuchen angeguckt, Leute. Jetzt geht er in mein Schlafzimmer rein. Oh mein Gott, ich könnte hier richtig so... Oh, was macht der da, Leute? Ohne Spaß. Da kann man noch ein bisschen Kohle hier einfach so hinfängen. Der kriegt gleich richtig Ärger von mir. Sehr gut. Okay, mal gucken hier. Kuchen. Ich muss sagen, ich habe halt schon Hunger, aber das ist Broxys Kuchen. Ich weiß nicht, ob ich da ran darf. Das macht er jetzt nicht, oder? Soll ich oder soll ich nicht? Ich, äh, ich weiß nicht. Wehe, der isst jetzt was für einen Kuchen. Ah, ich muss. Oh mein Gott, der sieht so lecker aus. Was, der hat was für einen Kuchen gegessen? Wahnsinn, der Erdbeertorfer. Warte, Leute, ich muss ganz kurz... Das schmeckt ja so gut. Ich gehe mal kurz nach unten, Leute. Und verwandle mich kurz zurück. So, Leute, pass auf. So. So. Ah, Kaspar. Ich habe was gehört. Kaspar. Broxys. Was machst du denn hier? Ich habe dich gesucht. Alles in Ordnung bei dir? Warum bist du bei mir zu Hause? Ich war unten im Keller. Ich habe ein bisschen mein Inventar sortiert und meine Kisten. Okay, ich dachte, du wärst nicht zu Hause gewesen. Ich habe hier nur rumge... Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur rumgeguckt. Naja. Hey! Hey, das war ein Scherz. Den Kuchen, den habe ich heute gekauft. Der ist den Kuchen. Ich, das tut mir leid. Ich hatte mega Hunger. Ich musste davon ein Stück probieren. Aber warum sagst du mir nicht einfach Bescheid? Warum isst du einfach meinen Kuchen? Ey, ich war draußen. Ich habe gerufen und du kamst halt nicht. Ja, ich war unten im Keller. Ich habe ein bisschen gedingelt. Ja, das wusste ich nicht. Aber ich habe auch dein Bett gemacht. Guck mal, wie sauber das jetzt aussieht. Ich habe ja auch keine... Sauber, das ist voll gedingelt. Jetzt bist du drauf gesprungen. Was hast du da gemacht? Ich habe das Ganze... Das war voll gut. Als wenn du mir unterstellst, hier drauf zu springen. Das stimmt gar nicht. Also Kaspar, ich muss jetzt echt sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht von dir. Guck mal, das ist ja mehr als die Hälfte, die du gegessen hast vom Kuchen. Ja, ich habe halt... Nicht mal mit der Hälfte hast du mir gelassen. So Erdbeertorte, hallo, da kann ich halt auch nichts dafür. Die finde ich halt lecker. Ja, die habe ich auch erst heute gekauft. Ja, okay. Ja, gut, ich... Oh Gott, ich gehe jetzt raus hier aus. Weißt du was? Pass auf. Nein, nein, pass auf. Weißt du was? Weißt du was? Ich hole mir jetzt einen neuen Kuchen. Ich gehe jetzt hier kurz ins Dorf rein. Ich gehe ins Dorf. Du... Keine Ahnung, bist du ja eh schon bei mir zu Hause. Ich räume auf. Ich räume dein Bett auf. Okay? Genau, mach einfach das ein bisschen sauber. So, mach das. Dann bin es doch nicht so schlimm. Als Entschuldigung. Ich gehe halt in die Stadt, ne? Ich höre mal ganz kurz jetzt einen neuen Kuchen. Ja, ja, okay. Mach mal, mach mal. So Leute, ich bin jetzt wieder ein Geist, okay? Er denkt jetzt, wir sind ins Dorf reingegangen. Und ich bin jetzt ein Geist. Und jetzt können wir mal kurz gucken, was er so macht, weil ich nicht zu Hause bin. Also ich könnte natürlich hier das Bett jetzt sauber machen. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich spring hier wieder. Leute, es ist gerade einfach sogar ein Wildschirm über mir reingegangen. Ich baue sogar ein Bett ab und setze es einfach mal woanders hin. Leute, der hat gerade mein Bett abgebaut. Was macht der denn da jetzt, Leute? Okay, warte mal, jetzt wo wir hier ganz alleine sind, können wir ja auch mal gucken, was hier so ist. Warte mal, ich will draußen. Ich wollte sowieso hier mal eine Kleinigkeit. Ey, das glaube ich jetzt nicht, Leute. Oh, und gerade euer Bett? Haha, und dann macht er das Bett. Der springt auf mein Bett. Sowieso ist, dass wir es sind. Ey, Leute, ohne Spaß, ne? Soll ich direkt wieder zurückkennen? So, genau so soll das. Genau so soll das. Hey, das ist... Wir alles schön kaputt machen. Hier nochmal, oh hier, das Wasser. Der macht aber mal Glas kaputt. Ich glaub's ja nicht, Leute. Ich sag ihm später, dass hier ein Villager war, der ja alles gut gemacht hat. Ey, der sieht mich ja nicht. Guck mal, der sieht mich nicht. Ich bin nur ein Kopf, Leute, der sieht mich nicht. Ey, ohne Spaß, ne? Ich bin jetzt schon überlegen, ob ich jetzt schon zurückkommen soll, Leute, aber ohne Kuchen. Ich baue hier nochmal ein bisschen was ab und so. Und er kann nichts machen. Und ich mache hier alles kaputt. Alter, der macht da alles weg, ne? Der wird so ausrasten. Der wird so denken, wer war hier? Und ich werde ihm sagen, dass das... So, weißt du, wisst ihr was, Leute? Ich komme jetzt hier zurück. Ich gehe jetzt... Pass auf, Leute, so. Achtung. Und ich mache mir jetzt ganz kurz wieder zurück. So, warte, ich muss mal ganz schön einen Kuchen holen. Hallo, ich bin zurück mit meinem Kuchen. Hallo. Was geht? Was geht? Was geht? Ich habe drin ein bisschen sauber gemacht. Wie, was hast du gemacht? Sieht sich ja lecker aus. Hey, was ist denn hier passiert? Ich war das nicht. Ich war das nicht. Hast du drin aufgehauen? Du hättest auch auch aufpassen können. Ich zeige dir, wer das war. Guck mal hier um die Ecke. Guck mal hier. Da hinten sind die Übeltäter. Guck mal. Wer denn? Die bequatschen da gerade noch was. Die bequatschen da irgendwas? Wie war das? Wer ist denn das? Der, oder der versteckt sich auch, ne? Schaut uns her hier, die beiden. Die Assis. Ja, die haben das gemacht. Die haben das alles kaputt gemacht. Sicher, dass du das nicht warst, Kaspar? Bro, ey, komm. Jetzt wirklich. Ich würde dich niemals anlügen. Du hast... Ich würde dich wirklich niemals anlügen. Okay, warte. Okay, gut, okay. Alles gut. Alles gut. Ich gehe rein. Ich gucke, wie du aufgeräumt hast. Okay? Ich gucke, wie du aufgeräumt hast. Ich habe ein bisschen was umgestellt, aber es darf mir aufsaubern. Wie war es umgestellt? Ich habe ein bisschen was. Ich habe von rechts nach links. Du weißt doch was. Wieso? Was hast du? Ist mein Keller noch normal? Ja, sieht normal aus, Leute. Dann darfst du auch nicht rein. Kein Zugang. Darf ich nicht rein? Das ist mein Keller. Okay, ja, dann... Ich werde auf gar keinen Fall reingehen. Weg von meinem Keller. Ich habe Freundschafts-Ehrenwort. Jungs-Brüder-Ehrenwort. Mein Keller. Ich gehe da nicht rein. Okay. Gut, dann ist gut. Ja, okay. Dann was hast du hier dann umgestellt? Hä? Ich muss sagen, ja, pass auf. Folgendes ist passiert. Ich habe es umgestellt und dabei ist mir ein Bein abgebrochen. Vielleicht kannst du zur Tischlerei gehen und mir ein neues Bein besorgen. Das ist nicht dein Ernst. Ich gebe dir hier auch mein ganzes hier, die ganze Kohle. Kannst du alles haben? Ja, gut, okay. Dann kann ich mir der Kohle das ganze kaufen, oder was? Ja, kannst du? Ich brauche schon ein bisschen mehr. Einfach ein neues Bett und dann passt das. Du brauchst schon ein bisschen mehr Kohle. Ich habe vielleicht noch ein bisschen Glas hier, aber... Ich meine... Das ist von meinem Fenster. Ich bin da gerade am renovieren. Warte mal ganz kurz. Das ist am... Ich bin da gerade am renovieren. Warte mal ganz kurz. Das ist das nicht. Guck mal, du siehst. Wasser ist direkt weg. Guck. Du siehst, das Wasser ist weg. Ja, weil das ist doch alles kaputt gegangen. Weißt du was? Pass auf. Ich gehe in die Stadt. Guck mal, jetzt geht das ganze Beet kaputt. Du hast das alles kaputt gemacht. Ja, jetzt, du musst mal Wasser holen oder sowas aus der Stadt. Weißt du was? Ich gehe jetzt kurz zum Brunnen. Ich gehe kurz Wasser holen, ne? Ja, mach das mal. Und du kannst in der Zwischenzeit mal online Dings kaufen, ne? Neues neues Bett kaufen. Ja, ich mache dein Beet. Ich mache dein Beet wieder heim, wenn du wieder da bist. Also, einfach meine Sachen nicht umstellen. So, Leute. Ich bin zurück zum Geist gemorpht jetzt, ne? Ich gehe jetzt wieder zurück. Da denke ich, ich bin jetzt hier Wasser holen, Leute. Ich bin hier mal rein. Ich werde hier vielleicht zur Stellung nehmen. Ich habe ja alles gesehen, Leute. Das ist ja das Ding. Ich habe sowieso mega Hunger gerade vom ganzen Unfug bauen. Könnte ich auch eigentlich direkt mal rein, Leute. Ich gehe jetzt mal wieder rein. So, ich bin jetzt hier wieder in Geistform. Guck mal. Das Ding ist, wenn ich alles aufgegessen habe. Oh, mh. Das ist nicht sein Ernst. Oh, mein Gott. Ist das... Oh, nein. Alles aufgegessen. Ist nichts mehr da. Der hat meinen kompletten Kuchen gegessen, Leute. Was? Ich muss ja verschwinden. Oh, mein Gott. Aber zuerst gucke ich hier nochmal rein. Was war wieder... Eisen. Was? Der ist in meiner Kiste. Warte mal, ich gucke in meiner Kiste. Was ist denn... Ich klau mir das alles einfach mal. Der hat meine ganzen Eisendrachen geklaut, Leute. Ich klau mir die ganzen Sachen einfach mal. Wie cool ist das? Hä, was? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der ist ein Diebler und der klaut einfach mal hier. Er hat ja gesagt, ich darf nicht in den Keller gehen, aber ich könnte da natürlich... Soll ich einen Blick einlachen? Der geht jetzt nicht in den Keller. Ähm, oh Gott. Ich glaube, ich gucke... Ist hier was? Das ist nichts. Sein Ernst, Leute. Warte, ich muss nochmal kurz gucken, ob er kommt. Ich muss nochmal kurz gucken, ob er kommt. Was? Hier? Ist er da irgendwo? Nee. Alles in Ordnung. Okay, der ist hier nirgendswo. Also, wenn er hier nirgendswo ist, dann kann ich doch hier einfach mal in den Keller reingehen, oder nicht? Hey, Leute, das macht der jetzt nicht ernst, oder? Er ist jetzt in meinem Keller. Da habe ich meine ganzen Diamanten versteckt. Und ich habe sogar meine Regenbogenrüstung hier unten. Wenn er die findet, Leute, das ist gar nicht gut. Hier ist ja nochmal ein Geheimzugang da unten. Oh nein, Gott. Der findet alles jetzt hier direkt raus, ne? Wie krass. Okay, wir gucken mal. Was hat er in den Kisten drin? Der oben links. Ja, ich habe die noch nicht so gut sortiert, Leute. Das weiß er noch nicht, ne? Auch nichts. Aber ich habe Diamanten irgendwo in der Kiste, Leute. Ich habe nämlich in... Nein, ich habe so viele Diamanten da drin. Hä, wieso geht die Kiste auf? Da hast du gerade die Kiste aufgehauen. Habt ihr doch alle gesehen gerade. Die Kiste ist gerade von Geisterhand aufgegangen. Was war das? Mein Gott. Ich bin fast aufgeflogen, Leute. Ich bin fast aufgeflogen. Wie sind die Kisten gerade aufgegangen? Das ist einfach so eine Gruselkiste hier im Keller, oder was? Oh mein Gott. Nein. Was ist da alles drin? Was ist da alles drin, Leute? Was ist denn hier alles? Ich habe meine Diamanten gefunden. Ganz viele Diamanten. Steck mir da ein paar. Der klaut alle, der klaut alle. Ich steck mir davon einfach jetzt ein Bein. Der klaut alle Diamanten, Leute. Und mein Schwert auch noch. Ich werde niemals wissen, dass ich das war. Ich muss kurz gucken, warum. Ey, was? Ohne Spaß. Das Ding ist, Freunde. Ich habe nämlich hier... Da ist auch ein Huhn. Das beschützt hier nämlich meine Dingensrüstung, Leute. Meine, pass auf. Ich habe nämlich hier... Seht ihr das, Leute? Meine... Zugemacht. Zur Lanze, Leute. Das ist jetzt nämlich hier gerade am Dings, Leute. So, ich war mal wieder ganz kurz zu. Das darf man nicht sehen. Aber wenn er gleich da hingeht, ich muss schnell nach Hause dann, Leute. Was macht der denn jetzt bei mir? Müsste die Tür eigentlich von allein... Hä? Die Tür ist gerade aufgegangen. Ihr habt doch alle auch gesehen. Die Tür ist gerade einfach außen nichts aufgegangen. Warte, nee. Stimmt doch irgendwas. Ich mache es jetzt mal zu nochmal. Die Tür ist doch irgendwas. Oh, der Scherr. Hä? Oh mein Gott. Was ist das denn? Das war voll Spaß, Leute. Wieso ist die Tür denn auf einmal wieder aufgegangen? Hey, sieh da. Ich muss den killen. Das Ding ist... Haben sie die Tür aufgemacht? Mein Gott, der killt die gerade über... Haben sie die Tür aufgemacht? Da ist jetzt ein Geist. Das heißt, es gibt Geister, oder was? Ich mache es dir nochmal zu. Hier ist doch irgendwo jemand. Hä? Hier ist doch jemand. Boah, das Ding ist zu wem gerade meine Regenbogen-Sachen noch nicht gefunden, Alter. Das ist echt richtig gut. Hier muss noch mehr sein hier unten. Ich meine, hier ist ja diese Lupe, Alter. Nein, 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 verdammt, Leute. Okay, warte, ich muss nach Hause kommen jetzt. Ich muss nach Hause kommen. Schnell, ich bin normal. Ich höre doch hier irgendwas. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Hallo, ich habe dich oben nicht entdeckt, Kaspar. Hallo. Hallo, Kaspar. Was geht? Was machst du da, hä? Nein, nicht. Ich habe hier... Was hast du da zu suchen in der Ecke? Ich habe hier komische Stimmen gehört, irgendwie aus der Wand. Ich weiß es auch nicht. Ich habe eine Hühnerfarm auf der anderen Seite. Die ist aber ganz privat. Das sind meine privaten Dinge. Okay, ich dachte schon, du hättest da irgendwas versteckt oder sowas. Nein, warum sollte ich? Ich habe da nichts versteckt. Es kann ja sein, dass du da was versteckt hast. Keine Ahnung. Habe ich nicht. Nein, echt nicht. Und du lügst auch nicht? Ich lüge nicht, hallo? Du hättest dir auch keine Tiere gefangen, die man nicht angemeldet hat. Soll ich dir aber was zeigen, was ich eben gesehen habe? Komm mit nach oben, Kollege. Ja, zeig mal, was hast du denn? Du willst mir erst mal sagen, warum ist hier ein Villager-Geist, ha? Hey, Leute, sehe ich gerade das erste Mal. Wo kommt der denn her? Und der hat wahrscheinlich auch zufällig meinen ganzen Kuchen weggenascht, ha? Meinen ganzen Kuchen. Ja, das war ich. Da muss ich zugeben, das war ich. Das ist nicht dein Ernst. Das tut mir leid, dass ich bin gegessen. Ja, ich habe es bestellt. Aber guck mal, hier bei dieser Tür mit, das stimmt irgendwas nicht. Ich war hier eben gerade, habe aufgemacht oder zugemacht. Ja, hier zieht es, meine ich mal. Hier zieht es, meine ich mal. Die Fenster, du siehst ja, die Fenster sind nur Gitter. Ich habe mir noch nicht Glas leisten können. Ey, ich habe mich schon gewundert. Auf einmal geht die Tür zu und wieder auf. Eine Ahnung. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber komm, ich würde sagen... Ich kaufe dafür mal ein bisschen Öl, ne? Ich bin mal leicht wieder da. Ja, mach mal, mach mal. Hol mal lieber das Krietsch dir auch die ganze Zeit. Hol mal lieber ein bisschen Öl. Ja, ich weiß, die Krietsch war. Ich bin leicht wieder da. Also, bis gleich Kasper, ne? Bis gleich, bis gleich, bis gleich. Oh, ich bin zurückgemorft, Leute. Ich bin jetzt ein Geist wieder. Was ist das hier am Scharnier oder so? Okay. Keine Ahnung, Freunde. Ich mache auf jeden Fall hier alles zu. Mal gucken, wenn er das jetzt findet. Ich werde dann direkt vor ihm zum Menschen, Leute. Okay, das sieht mich nicht. Also, hier muss irgendwas unten gewesen sein. Ich könnte schwören, ich habe hier einen Schicken gehört. Hinter dieser Wand. Hier war ein Hühnchen drin da. Nein, das macht er jetzt nicht, oder? Hier irgendwo? Nein, das macht er nicht. Das macht er nicht. Leute, wenn er das gleich findet. Ich muss es dann machen. Ist hier irgendwas drunter? Ich muss es dann machen. Hey, du, hör auf jetzt. Ich habe alles gesehen, Kasper. Was ist denn? Wie, du hast alles gesehen? Ich habe alles gesehen, was du gemacht hast. Was, ich habe gar nichts gemacht, Bro. Das ist, das ist meins. Das ist meins. Hey, mach wieder auf. Was hast du da versteckt? Nein, das ist meins. Was hast du da versteckt? Das ist meine, das ist meine Regenbogenrüstung. Zeig mal bitte. Die sah krass aus. Weißt du, wie schwer das war dir zu erfahren? Ja, komm, gönn doch mal deinem Kollegen das. Das ist meine Regenbogenrüstung. Bist du jetzt zufrieden? Ey, guck mal, wie cool die aussieht. Ja, ich weiß. Die ist auch mega cool. Die kannst du auch anziehen, wenn du willst. Ey, korrekt. Danke, aber... Ja, aber das Ding ist, ich muss dir jetzt immer was sagen, Kasper. Ich habe alles gesehen, was du gemacht hast, ne? Wie, du hast alles gesehen? Guck. Hä? Ich bin ein Geist. Wie geht das denn? Jetzt siehst du mich als Geist. Ich weiß, weil ich das gerade... Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich bin die ganze Zeit Geist. Ich habe geguckt, was du für ein guter Freund bist, wenn ich nicht da bin. Das tut mir leid. Das ist echt uncool gewesen von dir. Ey, das war... Ey, oh mein Gott. Du hast mich ja die ganze Zeit angeht. Dann warst du mich auch gesehen, wie ich auf dem Beet war? Und gesprungen habe? Ich habe alles gesehen. Du bist auf dem Bett gesprungen. Du hast mein Beet kaputt gemacht. Oh mein Gott, wie unangenehm. Das tut mir jetzt mega leid. Das ist super unangenehm von dir. Ich wollte dich nicht verletzen. Guck, das tut mir wieder normal. Siehst du? Lol, wie krass sieht das aus? Ja. Ey, wie machst du das? Ja, ich habe so eine Geist-Potion mir dann auch... Ich meine, ich habe eine Regenbogenrüstung. Also, nächstes Mal, wenn du das machen willst, dann kriegst du einen auf den Deckel. Ja, hier, nimm alles. Alles, gib alles zurück, alle Diamanten. Das tut mir alles leid. Ja, alles her damit. Unglaublich, Kaspar. Sorry, ich bin so ein schlechter Freund, ey. Das ist unglaublich von dir. Ey, hör mal auf, hier die Tanne abzubauen. Wo bist du? Hä? Wer hat die... Aufhören, aufhören. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer bist du denn? Ich bin Hagi-Wagi. Hau mal ab hier, Hagi. Was willst du von mir? Ja, ja, ja. Ich werde dich heute auf deinem Weg begleiten, wie du Minecraft durchspielen wirst. Aber du wirst mich nie sehen. Okay, okay. Wie, ich werde dich nie sehen. Hau mal ab, bloß ab hier. Lass mich mal in Ruhe in Minecraft. Ich werde dich schwer machen. Aua. Ich werde dich halt pranken. Hör mal auf damit. Und du wirst nicht sehen, was dir geschehen wird. Weg mit dir. Lass mich mal in Ruhe jetzt hier weiter abbauen. Okay, okay. Werden wir jetzt da sehen, Kollege. Du willst also den Baum abbauen für Materialien, ne? Alles klar, alles klar. Was machst du? Hör auf damit. Ey. Stopp jetzt. Nein, nein, nein. Alles gut. Okay, okay. So, ich glaube, ich mache mir erstmal eine Craftingbox. Oh, was ist denn da los? Okay, dann mach dir mal eine Craftingbox. Ey, hör auf damit. Ja, ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Mann, ich mache mir gleich ein Holzschwert, dann gib's was auf die Mütze. Ah, ah, okay, okay. Erstmal eine Spitze. Ey, meine Sachen. Meine Craftingbox. Ja, kannst du. Leg dich nicht mit Hagiwagi an, sei. Aber du wirst mich jetzt nicht mehr sehen. Ich gehe jetzt weg. Du wirst mich nicht mehr sehen. Kein Problem. Ja, okay, okay, okay. Ich bin mal gespannt. Haha, ich habe mich jetzt versteckt, Leute, als Hagiwagi in Stein-Version. Und irgendwo hier muss gleich Kaspar da. Endlich kann ich in die Höhe rein. Da kommt Kaspar. Und er sieht mich nicht. Guck mal, ich voll versteckt bin, Leute. Sehr gut. Okay, deswegen ist, ich glaube, der will jetzt hier irgendwie, siehst du, die ersten Eisensachen holen, Leute. Und auch so Steine und so, weil der will ja nachher auch den Enderdracht besiegen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen pranken. Der wird jetzt auf jeden Fall denken, dass wir den ganzen Tag folgen. Und es geht direkt schon nämlich los, Leute. Ah, nein, ich... Wo sind meine Sachen? Was ist denn los? Oh, sag mal. Aha. Hier tut mir das aber eisend. Oh, er checkt das nicht, Leute. Okay, dann werden wir jetzt mal ganz los ein bisschen hinterher gehen. Und warten. Wo kann ich denn... Wo kann ich denn eigentlich... Oh, guck mal hier, er hat sogar Eisen was sehen, Leute. Das machen wir ganz los mal weg jetzt hier. Wir sind die ganze Kohle hier abgebaut, Leute, damit du gleich keine Kohle hast. Hä? Was ist... Was ist jetzt los? Hä? So, pass auf, Leute. Drei, zwei, eins. Wow, wow, ich bin zurück. Ich hab dir doch gesagt, ich komme. Hey, hör auf damit sofort, Mann. Ja, ich mach's jetzt heute richtig schwer. Du wirst doch wie fast hier... Ich will hier nur in die Höhle. Ich wollte hier grad schön Eisen fahren und sowas. Ja, hier ist nix, hier ist nix. Wow, was soll das? Viel Erfolg wünsche ich dir, ne, bei deinem... Bei deinem Neverportal-Bahn. Mann. Okay, jetzt schau mal ab hier. Lass mich nicht eigentlich nicht. Mann. Oh, Leute, ich bin jetzt hier grad der Lava-Hagiwagi, ne? Guck mal, wie er da jetzt hier grad das macht. So, und ganz kurz erstmal hier alles hinmachen. Ich bin der Lava-Hagiwagi. Und die Dias da drüben, die will ich mir auf jeden Fall holen. Ah, da will sie jetzt hier an, Leute. Da will sie anscheinend hier die ersten Sachen machen. Und es sind, wie viel sind es, was glaubt ihr, ne? Ich sag, es sind... Hä? Wo sind meine Dias hin? Was soll das denn? Schnell hier rein, versteckt, Leute. So, ich bin versteckt wieder. Was sind meine Dias? Ich bin der versteckte Hagiwagi in Lava-Version. Ich brauche hier mal ganz kurz, ob es hier... Aber ich möchte nämlich in den Nässer rein, ist ja logisch. Da, Leute, wie man die ganze Zeit prankt als Hagiwagi. Hä? Was war das denn? Okay, deswegen ist er kriegt jetzt nicht das Never-Portal hin. So, warte, pass auf. Schön abbauen, abbauen. Da! Mann, was soll das? Ey, wir müssen uns... Oh Gott, wir müssen sich verstecken, ne? Nicht, dass wir das hier sind. Ey, das ist ja voll blöd hier. Mann, ey, bin ich irgendwie blöd geworden? Okay, pass auf, wir müssen gucken. Er sieht uns immer noch nicht, Leute. Oh mein Gott, guckt das mal an. Wir sind hier einfach versteckt als Lava. Oh, jetzt habe ich gleich den ersten Block... Dein, ja! Was soll das? Was ist das? Guck mal, wie gut ich versteckt bin, Leute. Was ist denn das da mal? Oh mein Gott. Okay, jetzt macht er... Blöde Lava, ja? Warte ab. Hier irgendwo? Hier ist keine Lava mehr, ich muss mich verstecken, Leute. Gute Steine. Ich muss mich verstecken irgendwo. Mal ganz kurz abbauen alles hier, die ganzen Blöcke. Was ist das überhaupt für ein... Oh Gott, wo kommst du denn her? Du hast das komplette Lava-Fell gezogen gemacht, ich kann mich nicht mehr verstecken. Du bist das! Ich habe dich wieder geprankt. Du warst das! Ich sagte, ich wünsche viel Erfolg, geh noch bei weiteren Obsidian abbauen, ne? Du wirst hier niemals... Ich will hier Obsidian gerade fahren, ich muss in den Nether rein. Du wirst niemals in den Nether-Portal reingehen. Natürlich! Niemals. Ich werde dich... Mann, hallo? Zack! Hör auf, sag mal! Was soll das? Ach, das war zu... Mann! Hau rauf jetzt! Mach's gut, ich zieh durch! Leute, guckt mal, ich bin jetzt hier gerade versteckt im Baum, ne? Und, oh, da ist er jetzt gerade, Leute. Und ich glaube, er will jetzt hier das erste... Oh, das Nether-Portal bauen. Oh, aber nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Und zwar... Hä? Ja! Okay, schnell wieder nach oben hin, Leute. Schnell wieder nach oben. Okay. Ha, 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 ha. Tja, Kaspar, ne? Was ist denn da los? Bist du schon wieder hier irgendwo, oder was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hä? Bist du... Hau mal bloß ab hier. Lass uns mal nur ein Nether-Portal hier bauen. Pass auf, Leute. Jetzt kommt hier... Was ist das? Hey, hör auf damit! Sag mal, was soll das? Ich seh dich da doch! Na, verdammt! Ich bin nicht so gut versteckt gerade. Ich seh dich! Ich bin nicht so gut versteckt. Du bist einfach der grüne Hagi, sag mal. Was soll das denn? Ja, ich bin grad der grüne. Ich bin grad der Scary Larry gerade unterwegs. Mann, Alter, lass mich mal bloß hier. Ich geh jetzt erstmal in Snacker rein. Ja, okay. Hau mal ab hier. Dann geh mal in Snacker rein. Mach mal. Ja, ja, ja. Hör auf damit, sag mal! Ja, das war zu viel. Nein, 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 nein. Ah, du darfst nicht so gesehen rein, ne? Was soll das? Alter, ich hab hier auch nicht so viele Blocken. Ja, okay, 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 okay. Dann, äh, ich wünsche dir viel Erfolg im Nether, Caspar. Ja, danke, danke, danke. Ich wünsche dir viel Erfolg im Nether. Tada! Prank! Hör auf! Mann, lass das jetzt! Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg. Bis gleich, bis gleich. Okay, Leute, Caspar ist wohl grad ins Nether reingekommen, ne? Und der wird da schon von so Zombies hier abgeschossen. Und spielt jetzt hier grad der Hagiwagi im Nether, ne? Oh mein Gott. Okay, ich tue so, als wäre ich an einem Portal, Leute. Du blöder! Komm mal ab hier! Er kriegt die nicht. Aber ich auch, ich auch. Er kriegt die nicht, okay. Ja, so, jetzt war's das gleich mit dir. Ja, jetzt war's das gleich mit dir, Freundchen. Oh nein! Wollt ihr mich denn jetzt nicht gehauen? Hä? Was ist das? Du fall'n nicht runter. Hä? Ja, wo, Leute? Was ist das denn jetzt? Ja, wo? Was ist das? Und jetzt, warte, einmal noch hier. Hey, da baut jemand was ab bei mir. Was soll das? Wir verstecken uns wieder, wir verstecken uns wieder so. Ich bin direkt hier am Portal. Ich bin einfach ein Portal. Ich bin ein Portal, Hagiwagi, ne? Alles ist gut. Alles ist gut. Ich sag's dir, ihr werdet's heute nicht schaffen, Michael durchzuspielen, Leute. Aua, 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 aua. Okay, mal gucken, was er jetzt noch abbauen möchte oder so, ne? Er muss das hier erstmal überleben mit den Ganzen. Gefahr mich erstmal so. Okay, jetzt ist er gerade anscheinend am... Aua! Was soll das denn? Der wird gut über die ganzen... Weil er einen angegriffen hat, ne? Da greifen jetzt alle an. Mann, hau ab hier, du blöder Pigman! So, warte, wir werden jetzt hier nochmal schön pranken, Leute. Was das für cool ist. Oh mein Gott, wie lange das dauert, das abzubauen. Boom! Äh! Wo? Hä? Wo ist es? Boah, die ist einfach weg, Leute. Guck mal, du darfst noch mehr. Wo ist das? Hier ist noch mehr, das machen wir auch noch weg. Zack, zack, ja. Neverquad brauchen wir wahrscheinlich auch noch, ne? Mal gucken, ob er Neverquad finden wird, Leute. Oder irgendeine Festung. Hier abbauen, so. Hä? Was ist jetzt los? Ja, was ist das denn? Das ist doch ein Geist, oder was? Ja! Ey, du bist es! Ich wusste es! Holt ihn euch! Aua! Holt ihn euch! Ja, ich bin zurück. Ich bin jetzt der Neverhugger, äh, Hagiwagi. Warte mal auf hier! Mann, ey, der tut weh, Mann! Los, holt ihn weiter, holt ihn weiter! Au, ich bin echt tot! Aua! Oh, Mann, die ärgern mich! Aber immerhin habe ich ein bisschen was farmen können. Okay, okay, okay. Okay, das werden wir mal sehen jetzt gleich. Schaut mal, Leute, ich bin hier wieder versteckt, als Hagiwagi. Stein, da ist auch Kasper direkt schon, Leute. Schön mitnehmen, hier die Diamante. Okay, wir lassen jetzt erstmal alles, guck mal, lassen wir erstmal alles jetzt hier abbauen, Freunde. Oh, jetzt sind noch mehr Dias wichtig. Die immer mit mir, seid ganz wichtig. Oh, okay, okay. Schnappt erst mal die ganzen Dias. Denkt auf jeden Fall jetzt gerade, alles ist gut, ne? Oh, Leute. Hier reisen so ein bisschen. Okay. Oh, da ist auch eine Mine, Leute. Das hat er noch gar nicht gesehen. Oh, die sieht ja cool aus, hier so eine Mine. Okay, okay, okay. Das ist schon mal ganz gut, Leute. Oh, ich bin auch gut versteckt gerade. Okay, mal gucken. Ich weiß gar nicht, was haben wir so in der Mine, Leute? Was ist hier drin? Hier haben wir... Oh, mein Gott, hier sind... Leute, hier kann man ins End reingehen. Oh, mein Gott. Guck mal, hier sind so Eisenglöcke noch. Wichtig. Okay, mal gucken. Das Ende ist hier. Hä? Was war das denn gerade? Oh, ho, 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 ho. Ja. Wie kann man rein, oder was? Da ist echt das Ende. Wo ist der Knopf? Ach, da, ganz versteckt. Oh, mein Gott, Leute. Oh, da kann ich jetzt rein. Hier. Kommt er da jetzt rein? Und ich habe zwei Ender-Augen. Oh, es fehlen... Oh, mein Gott, er hat genau zwei Ender-Augen, Leute. Ja. Oh, ich hoffe nicht, dass da irgendwie jetzt was weggeht. Oh, 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 oh. Hä? 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 Ey, das hat mir jemand kaputt gemacht. Ja, Leute. Jetzt keine Ahnung, wie mache ich das denn jetzt? Oh, jetzt muss ich mir irgendwo das abbauen, aber wie geht das denn? Jetzt brauchen wir so eine Spitzhackse extra dafür, Leute. Oh, Mann. Das will ich jetzt erst mal ganz, ganz lange brauchen, okay. Oh, Leute, krass, weil der ist schon richtig lange gebraucht. Der ist jetzt gerade immer noch hier, ne? Oh, was gibt's für eine Potion? Ich glaube, der hat das Ding irgendwo abgebaut, bei so einem anderen Stronghold. Heilung, sehr gut. Das kann ich gut gebrauchen. So, okay, ja, der kämpft jetzt hier gerade gegen die Hexen wieder, ne? Oh, die Hexen, auch alles schön killen, ja? Okay, das wird jetzt richtig cool, Leute. Oh, mein Gott. Ab mit euren Potions hier. So, jetzt Ende einlassen. Ich weiß es nicht, wir können mal ein Like erlassen, Leute. Und dann bin ich mal gespannt. Und jetzt habe ich auf jeden Fall hier genug Blöcke. Oh, mein Gott, er hat sogar so einen, ne? Okay, das kann er, glaube ich. Oh, Gott. Nein, er wird jetzt hier an und aktivieren. Oh. Hä? Was? Ja, es geht nicht bei ihm. Was soll das denn? Wieso geht das nicht? Ich habe es nämlich deaktiviert, Leute. Hey! Der kann es nicht gerade nicht machen. Wieso geht das hier nicht? Jawohl. Ist das gut, oder was? Ja. Muss ich hier ein Tifa bauen noch? Leute, guckt mal, ich bin jetzt hier der End-Tagiwagi. Oh, mein Gott. Und Kaspar hat es gerade geschafft, ne? Oh, der ist jetzt hier gerade ins End reingekommen. Oh. Der will halt schon die ersten Sachen jetzt machen. Aber, guck mal, ja, ja, pass auf, wir sind da. Oh, da, oh, da ist schon der End. Da kriegt er direkt, Leute. Da geht es direkt los. Oh, mein Gott. Und jetzt hier die Blöcke. Die Blöcke machen wir jetzt weg, Leute. Hey, was ist das denn? Aua. Ja. Was soll das denn werden hier? Guck mal, ich bin der End-Hagiwagi, Leute. Der wird mich nicht sehen können. Hier schön wieder hin. So, zack. Okay, alles gut. Zack. Zack und zack. Oh, mein Gott. Jawohl, Leute. Ey, das ist so gut gerade mit dem Hagiwagi, ne? Oh, der Arme. Das tut weh, das tut weh, das tut weh. Lucky Block, Lucky Block. Ah, ja. Ey, nein. Siehst du mich, Kaspar? Ja. Hey, wer bist du denn? Da bist du ja. Oh, mein Gott. Du wirst niemals den Ender-Drachen besiegen können. Hey, lass mich den besiegen, sag mal. Oh, mein Gott. Oh. Niemals. Wieso nicht? Natürlich. Angriff, Zombie-Girls. Angriff. Oh, mein Gott. Das tut weh. Nein. Wieso musst du mich immer franken? Du bist voll der blöde Freund. Ja, ich bin der Prankmeister. Mann, ich wollte den Ender-Drachen doch besiegen. Ja, wieso? Kannst du mir noch machen? Oh, oh, oh. Weg, 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 weg. Oh, aber weißt du, was jetzt ganz gefährlich ist? Ja, eins habe ich schon mal sehr gut. So, jetzt ist es. Wir müssen was machen. Jetzt müssen wir irgendwie pranken. Oh, haupt mal. Ab hier ein Herz nur noch. Ey, was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Oh. Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Jawohl, Leute. Und da wurde Kasper geholt. Er wird nämlich mich die Ender-Drachen holen heute. Kasper, Kasper, yo. Hallo. Hast du heute denn los auf eine Runde Hide and Seek? Oh, mein Gott. Ich werde dich doch sofort finden. Sag mal. Da musst du nicht direkt losfallen deswegen. Ja, tut mir leid. Guck mal, da vorne, ey, gibt es auf jeden Fall richtig krass Verstecke in dem Dorf, ne? Oh, einige. Ich würde sagen, ich habe nämlich eine Idee. Du kannst ja schon mal ein bisschen rumgucken, so nach Verstecken suchen und ich werde mich dann gleich hier verstecken. Und ich wette mit dir, dass du mich niemals finden wirst. Natürlich werde ich nicht finden. Nein, niemals. Ich sag's so. Na logisch. Ich bin mir so sicher, dass du mich nicht fünfer finden kannst, dass wenn du mich fünfer findest, du kriegst mein Haus. Hab ich gebaut gerade. Okay, du setzt dein Haus ein, dann kriegst du meine Kiste Diamanten, wenn ich das nicht finden kann. Okay, okay, fairer Di. Deswegen gehen wir schon mal in die Stadt, Kasper. Mach ich. Ich guck hier mal ein bisschen rum. Ich geh mal nach Hause, Leute. Okay, Leute. Jetzt hört er mich nicht. Und zwar habe ich mir ein Menü geholt, wo ich mich so in verschiedene Models morphen kann, Leute. Das heißt, ich nehme es hier mal ganz kurz als Schwein. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Stadt rein, Leute. Und gucken, ob wir hier irgendwie uns neben so ein Tier am besten stellen können. Ich bin schon versteckt, Kasper. Du bist schon versteckt? Ich bin schon versteckt. Wie schnell hast du dich denn jetzt versteckt? Ja, kannst du mal sehen. Ja, kannst du mal sehen. Ich müsste doch safe deinen Namen irgendwo sehen. Nee, meinen Namen siehst du nicht. Meinen Namen habe ich ausgestellt. Den wirst du auf jeden Fall nicht sehen. Okay. Du bist doch irgendwo gecroucht irgendwo hinter oder nicht? In irgendeinem von den Häusern. Ja, natürlich bin ich hier. Oder vielleicht bin ich auch einfach irgendwo. Das Ding ist, du darfst doch Fragen stellen. Das ist heute, bin ich mal nett. Du darfst doch Fragen stellen. Bist du bei dem größten Haus im Dorf? Äh, nein. Nee, nee, nee. Da bin ich nicht. Aber ich könnte auch hingehen, wenn ich will. Also so versteckt bin ich, dass ich einfach hingehen könnte. Ja, okay. Dann geh doch mal hin. Dann sehe ich dich ja sofort. Ey, das ist doch dann direkt vorbei. Ja, ja, ja. Oder nicht? Okay, ja. Wenn du mich dann findest, ne? Du musst mich auch finden. Also du sagst, du bist nicht. Du läufst. Du musst dich ja berühren. Wir machen ja Heidens Sieg mit Berühren. Das heißt, du musst dich einmal schlagen. Mann, ey. Ich sehe dich halt nicht. Auch dein Name. Ich sehe dich aber. Ja, ich sehe dich. Du siehst mich jetzt gerade? Melk doch mal die Kuh, Kaspar. Melk doch mal die Kuh. Als wenn du mich hier siehst. Was mache ich gerade? Ey, auf sie zu schlagen. Sie ist ganz mütend jetzt. Wo siehst du mich? Wo bist du? Du bist hier im Brunnen drin, oder? Ja, ja. Natürlich bin ich im Brunnen drin. Natürlich. Nein, da ist niemand drin. Hä? Warte mal. Bist du überhaupt du selbst? Bist du du selbst? Weiß ich nicht. Aha. Okay. Okay. Du bist ein Gegenstand, ne? Du bist safe. Du bist... Was bist du? Ein Gegenstand? Du bist hier so ein Erdbach, oder sowas? Was bin ich? Was bin ich? Bist du hier die Kuh, oder der Erdbach, oder so? Ähm... Ja, wer weiß, ne? Keine Ahnung, was ich bin. Du bist hier die Blume, oder was? Nein. Wie die Blume. Der Villager. Du bist hier der Villager vor mir. Ich weiß es. Siehst du mich? Siehst du mich? Ja, hier vor mir, oder nicht? Ganz schön große Augen hast du, Kasper. Ganz schön große Augen. Oder bist du der? Ich bin am weinen. Ich bin am weinen. Hä? Du weinst? Ja, guck doch mal den Villager an. Der ist am weinen. Du siehst dich irgendwo. Wo bist du? Ja, das bin ich. Bist du das Schwein hier? Bist du das Schwein? Was? Warum soll ich das Schwein sein? Warum soll ich das Schwein sein? Ehrlich? Was macht das Schwein denn? Warum? Was macht das Schwein? Das läuft einfach rum. Als ob hier ein Schwein ist. Du bist die Kuh. Oh, das Schaf hier oben. Ich wusste es, dass du das Schaf ist. Warte mal. Nee, auch nicht. Bist du das Schwein? Komm, sei ehrlich. Bin ich nicht. Du bist das Schwein. Ach nein. Du bist, ich wusste es. Okay. Ey, Mann. Alter, krasses Versteck. Ey, 1-0 schon mal für dich. Ach, Mann, ey. Okay, weißt du was? Weißt du was? Okay, das war nicht schlecht. Aber ich sage, jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden, ne? Ich gehe jetzt kurz nach Hause und werde mir cool was überlegen, ja? Ja, mach das, mach das. Ich gucke, ich kriege dir das Dorf hier mal ein bisschen weiter ein. Krieg dir das ruhig ein, das du wirst sehen. Okay, Leute. Ich gehe jetzt mal wieder in die Stadt rein. Ich habe hier jetzt ganz gut versteckt gerade. Okay, ich würde sagen, ich bin versteckt, Kaspar. Ja, du bist versteckt, in Ordnung. Ich bin versteckt, genau. Oh mein Gott, das ist so ein gutes Versteck. Du wirst mich niemals finden. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Äh, springen wir mal in den Brunnen rein, wenn du willst. Äh, was? Ja, los, mach doch, trau dich. Okay, du siehst dich. Wenn du mich siehst, was mache ich gerade? Ähm, nichts. Mach ich ja nichts. Du machst gerade irgendwo, du tanzt gerade oder so. Was machst du gerade? Ja, okay, du siehst mich also nicht gut. Du siehst mich also nicht gut. Ah, ja, okay. Das heißt, du bist ziemlich weit weg. Okay. Ja, ich könnte ziemlich weit weg sein. Hier oben irgendwo? Bist du hier drüben? Bist du ein Lebewesen? Ähm, nee, nee, geht so. Was denn jetzt? Wie, geht so? Ja oder nein? Na, geht so, geht so. Ja, was ist denn das für eine Antwort? Geht so. Man ist ein Lebewesen oder nicht? Nein, 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 nein. Natürlich bin ich ein Lebewesen. Okay, dann nicht. Dann nicht, okay. Hier irgendwo, was? Bist du hier? Okay, kein Lebewesen. Das heißt, du bist ein Block, oder? Bist du ein Block? Irgendwas? Nein, ich bin doch kein Block. Ich finde, du solltest dich mal ein bisschen bewegen. Wenn du cool bist, dann springst du jetzt fünfmal hoch. Fünfmal hoch springen? Mhm, dann müsste ich das sehen hier irgendwo. Ich bin schon einmal gesprungen. Einmal bin ich schon gesprungen. Was? Niemals. Ja, doch. Einmal bin ich schon gesprungen. Wo bist du denn? Hä? Oh, zweimal bin ich jetzt schon gesprungen. Ich bin jetzt schon gerade zweimal gesprungen, Kaspar. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Ja. Oh, ich bin fünfmal gesprungen. Jawohl. Was? Okay. Hier oben irgendwo? Wo bist du denn? Ich sehe dich. Fall doch runter, Kaspar. Fall doch runter. Hä? Bist du in der Nähe von dem Brunnen oder siehst du mich von ganz weit weg gerade? Ich sehe dich jetzt gerade. Ich bin in der Nähe von dem Brunnen, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall gut getan. In der Nähe von dem Brunnen. Ich bin auf jeden Fall sehr gut getan. Okay, also du bist ein Gegenstand in der Nähe von dem Brunnen. Ja, genau. Ich bin ein Gegenstand in der Nähe von dem Brunnen. Bist du in einem dieser Häuser hier? Äh, so ähnlich. Hier war ja eine Geistertür. Wie eine Geistertür? Das war nur ein Villager. Okay, ist nur ein Villager reingegangen. Das wärst du gewesen. Hä? Hier irgendwo? Hier vorne. Nein, das ist ein Bund. Ja, wo bist du denn? Hier oben oder was? Oh, ich seh das, dass hier so Minecraft-Noobs sind, ne? Hier auf dem Dach? Hä, wo bist du? Hä, wo bist du jetzt hin? Bist du hier dieser Ständer oder was? Nein, bin ich nicht. Okay. Du bist hier... Nee, der Airblock? Nee, auch nicht. Hä? Oh mein Gott. Du bist safe hier im Haus drin oder nicht? Oh mein Gott. Ist hier der Tisch? Äh, oder hier irgendwie das Fenster oder so? Nee. Oh mein Gott. Hey. Stehen geblieben. Nee, nein. Oh mein Gott. Alter, was hat man denn? Oh, ich hatte gerade Angst, dass du außerdem das Fenster... Guck mal, weißt du, was meine Angst gerade war? Ich stand ja am Fenster, ne? Und ich dachte, du wirst dich vielleicht so hauen oder durchhauen und mich dann treffen. Oh mein Gott. Oh nein. Ich hätte dich... Ey, ich hab dich da nicht... Ich dachte, der ist da natürlicherweise gespauld. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt... Ich hab noch was viel Krasseres. Jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden. Okay, okay, okay. Und diesmal... Ich bin mal ganz gespannt. Du wirst sehen. Alles klar, Freunde. Ich hab jetzt was richtig Krasses vorbereitet. Und zwar hab ich unten einen krassen neuen Trank in meiner Mine. Ich hol den mal ganz kurz, Leute. Ihr werdet auf jeden Fall nicht sehen. So, Leute, ich bin jetzt verwandelt. Ich seh dir auf jeden Fall gerade von nichts. Pass auf, okay. So, Leute. Oh, pass auf. Okay. Ähm, Kaspar, ich bin übrigens schon versteckt, ne? Ich bin versteckt, wenn ich du wäre. Okay, okay, ich komm runter. Also du kannst auf jeden Fall, denkst du, ne? Du kannst auf jeden Fall schon suchen. Okay, okay, okay. Guck ich mal genau hin. Ich muss sagen, mein Versteck ist auf jeden Fall richtig krass, muss ich sagen, ne? Das ist richtig heftig. Okay. Das ist auch immer mal. Ich glaub ich richtig schnell. Ja? Aber das ist eigentlich auf jeden Fall unnormal. Hier sind die Türen auf? Hier drinnen vielleicht? Ne, auch nicht. Äh, hast du den Villager hier? Haben sie was gesehen hier? Hallo? Vielleicht bin ich ja auch in der Kiste neben dir versteckt, Kaspar. Kann natürlich auch sein, ne? Als wenn du mich hier siehst. Das kann natürlich auch sein, wenn ich hier gerade in der Kiste bin. Bist du hier in so einem Standstelle oder so? Warte mal. Bist du ein Block diesmal? Ne, ich bin diesmal kein Block. Im Block bin ich diesmal nicht. Nein, nein, im Block bin ich diesmal nicht. Okay, das heißt auch keine Blume. Also du bist kein Gegenstand, okay? Hm, Gegenstand, nein. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Gegenstand bin. Hey, hier ist eine Biene. Ehrlich? Ey, die erntet einfach auf dem... Die erntet die Futter hier, guck mal nimmer. Hä, als oft? Hä, als auf Bienen? Als wenn Bienen sowas essen hier. Hey, jetzt isst sie die Kartoffel. Die hat die aufgesammelt. Ich seh dich aber gar nicht. Ich seh dich aber gar nicht jetzt gerade. Hier hast du mich gesehen, hier vorne? Hier? Äh, ja, da sehe ich die. Ja, bau, gönn dir doch die Wassermalone, Kasper. Gönn dir doch die Wassermalone. Hä, wo bist du? Du bist das Schwein hier hinten, ne? Du bist hier hinten das Schwein. Ich weiß es. Quik, quik. Quik, quik, quik. Au, au, hör auf mich zu schlagen. Ja, 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 als wenn ich da drauf reinfalle. Du bist ja das Schwein, das Schwein hier. Ja, mal gucken. Ah, ja, okay. Anscheinend auch nicht. Anscheinend auch nicht. Okay. Hey, Mr. Biene. Ja. Guck mal. Ey, die Biene ist bei dir, oder was? Ja, hier ist gerade so eine Biene. Die guckt mich genau an. Aua, ich will mich nicht stechen hier. Ehrlich? Die soll mal abhauen. Au, au, die schlägt mich. Was, ey, die hat die nicht gestochen? Oh mein Gott, jetzt erfolgt die mich. Oh, ab hier. Oh Gott. Als ob die Biene nicht erfolgt. Ich muss schnell ein Haus. Warte mal, die können auch keine Türen öffnen. Ich gehe schnell ein Haus rein irgendwo. Hier, das hier. Ah, oh Gott. Hier bin ich sicher. Alles gut. Ah, oh mein Gott. Nein. Was ist das für eine Biene? Oh mein Gott. Die hat die Türen aufgemacht. Hä? Au. Was ist das für eine Biene? Hau auf. Ich hau die zurück. Ah. Ich hau die zurück. Oh. Hey. Was? Ey, ähm. Du warst die Biene? Äh, nein. Hä? Wie hast du das denn gemacht? Ich habe so einen Zaubertrank mir geholt. Als wenn du die Biene warst. Ja, ja, ja. Mann, ey. Ich wollte dich ein bisschen pranken, muss ich sagen. Ich wollte ein bisschen pranken. Okay, weißt du was? Jetzt aber pass auf. Jetzt war ich komplett. Du wirst mich auf gar keinen Fall jetzt finden. Ich habe da niemals. So wie die anderen drei Male, die ich dich auf gar keinen Fall gefunden habe. Ja, du wirst mich jetzt niemals finden. Du wirst schon sehen. Okay, Leute. Diesmal, Alter. Ich war so krasses, Alter. Der wird mich niemals finden. Und zwar, guck mal. Einfach ein Stein. Guck mal, kann ich hier durch? Ich bin zu dick. Warte, so jetzt. Jetzt will ich mich ganz schnell noch verstecken, Leute. Ich bin schon versteckt, Kaspar. Hä, du bist ja versteckt? Aber ich bin versteckt. Ja, ja. Ich bin versteckt. So schnell auf einmal, oder was? Ja, ja. Ich bin so schnell versteckt. Jetzt wirst du auf jeden Fall sehen, wie schnell ich versteckt sein kann. Okay, okay. Ich sage jetzt, du wirst mich niemals finden. Niemals wirst du mich finden, Kaspar. Sagst du? Okay. Ja. Auf gar keinen Fall. Wo bist du? Bist du hier einer dieser Villager? Ja. Dann du bist das hier. Ey, wie ich dich angucke. Bau doch mal die orange Wolle ab, wenn du willst. Ist doch auch nicht schlecht. Hä? Bist du so die Blumen hier? Die kleinen Gänseblümchen. Was wenn du hier bist direkt? Placier den doch. Ey, das Gänseblümchen. Was soll das denn? Du bist hier. Du bist der Villager hier, ne? Äh, ja. Äh. Aua. Dann bist du der hier. Dann bist du der hier. Äh. Auf mich. Ey, nicht zu viel hauen, ne? Sonst hast du gleich keine Versuche mehr. Okay. Aber es ist schon ein bisschen doof von dir, dass du gerade die Karotte, jetzt das Karottenfeld kaputt gemacht hast, ne? Äh, jetzt hast du mich eben gesehen. Also jetzt gerade siehst du mich nicht. Äh. Hör mal auf zu tanzen. Wir sind ja durch den Tanz-Duell. Okay, du siehst mich also. Ja, ich seh dich. Also die Aussicht von dem Haus hier oben, muss ich echt sagen, sieht richtig gut aus, ne? Das sieht richtig gut aus. Da oben, oder was? Ja. Okay, warte mal. Ich hab ne Frage. Bist du ein Lebewesen? Ja, ne? Ähm. Nein. Also. Du bist kein Lebewesen diesmal. Ich bin kein Lebewesen. Und. Ich bin ein Zombie. Ich hab auf jeden Fall einen Namen, aber wenn ich den Namen jetzt verraten würde, dann wüsstest du auf jeden Fall, was ich bin. Du hast gesagt, oben beim Haus. Bist du oben beim Haus gerade? Nein. Oh mein Gott, da wolltest du mich verämpeln. Okay, also das heißt, du bist hier unten. Jetzt kann sein, dass du jetzt die Position wieder gewechselt hast, ne? Kann sein, ja. Ich seh dich jetzt gerade zum Beispiel nicht mehr. Nicht mehr. Aber, äh, kannst du die Häuser bitte in Ruhe lassen für den Abend, Bödercan? Die haben nichts getan. Ja, ich, wie du, äh, ich dachte, du siehst mich nicht mehr. Hä? Hä? Das ist ja wohl falsch gewesen. Also ich geb dir einen Tipp. Ich geb dir einen Tipp. Ich bin in der Nähe von Stein. Das ist so mein, aber hier ist halt viel Stein, ne? Hier ist überall Stein. Hier war ich ja schon mal eben. Also diese, bist du in der Nähe von dieser Kirche hier? Ich bin jetzt gerade in der Kirche. Ja, ja, was ich meinen. Ja, okay. Zwei Fenster oben, zwei Fenster unten. Bist du hier? Die zweite Etage sieht in mir auch sehr gemütlich aus, wo du gerade bist, Kasper. Sieht auch sehr gemütlich aus, ne? Aha, okay. Kannst du auch auf einmal das Glas kaputt machen? Das ist ganz schön. Na, als wenn du mich da siehst. Siehst du mich jetzt gerade auch? Und oben bitte nicht runterspringen, okay? Oben bitte nicht runterspringen. Okay, warte mal. Bist du hier irgendwo? Bist du hier auf diesen schwarzen Blöcken? Wieso bist du so still? Was? Was? Nein. Wieso bist du so still gewesen, als ich da gerade runtergesprungen bin? Warte mal. Bist du hier? Hä? Du bist hier aber... Hey! Stehen geblieben, als wenn du der Stein verfüllst. Aua, nein. Ja! Hey, yo. Ich hätte dich niemals dort gefunden. Ey, Mann, Alter. Aber weißt du was? Das war ein krasses Verständnis. Hast du mich jetzt trotzdem gefunden? Ich wusste, dass du beim zweiten Mal... Ich verrate mich selber das Problem. Ich hatte so eine Ahnung. Ich hatte so eine Ahnung, aber ich wusste, es war schwer. Alles oder nichts. Wenn du mich jetzt nicht findest, dann kriegst du mein Haus. Wenn ich jetzt ungefunden bleibe, dann krieg ich da die Diamanten. Okay, okay, okay. Ich bin mal gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Okay, Leute. Jetzt habe ich so einen krassen Plan. Und zwar, es gibt nämlich so Sachen, die ich gerade eben gesehen habe, Leute. Und zwar nehme ich jetzt das hier, Leute. Oh mein Gott. Ich bin einfach so eine Hake. Okay, das heißt, ich muss jetzt einmal ganzes Fliegen aktivieren. So, Fliegen aktivieren. Und jetzt kann ich. Okay, ich bin versteckt, Kaspar. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich bin versteckt. Ja, ich gucke hier gerade noch rum. Ich habe schon ein bisschen geluscht, ob ich dich irgendwo schon rumgehen sehe. Aber anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ja, okay, okay, okay. Du bist also schon versteckt, sagst du. Genau, ich bin versteckt. Check auf jeden Fall alles ab. Auch den Villager mit dem Creeper-Cape und mit dem roten Hut und die Kisten mit dem Silber im Schloss und goldenen Schaden im Schloss. Okay, das bist du nicht. Bist du das hier? Hier? Nee. Bist du ein Lebewesen? Äh, Lebewesen bin ich nicht. Nein, Lebewesen bin ich nicht. Hä, hier in dem Haar? Hä, die Haken war doch der Eben noch nicht, oder? Hier bin ich ja jetzt da lang gehangen, oder wie? Bist du in einem Haus gerade safe, oder? Ähm, nein, 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 bin ich nicht. Bin ich in einem Haus. Okay, du bist nicht in einem Haus und du bist kein Lebewesen. Nein, nein. Aber ich bin dir hier oben. Ja, safe hier oben. Bist du auf dem Berg oben? Ja, ne? Nein, bin ich nicht. Auch nicht. Bin ich nicht, nein, ich bin nicht auf dem Berg. Hä, du bist auch keiner von diesen drei Villagers. Also, ich sag auf jeden Fall so, du warst auf jeden Fall gerade schon in der Nähe. Du warst gerade schon sehr in der Nähe. Okay, dann wieder zurück. So, bei dem Schloss und so, du warst schon sehr, sehr nah. Hier ist es heiß wahrscheinlich, ne? Also, auch bei dem einen Haus eben, war auch schon sehr nah dran, muss ich sagen. Das war gerade schon sehr nah dran. Hä, wo ist denn die Hake? Hä, die... Ist sie jetzt hier reingegangen, oder was? Irgendwo? Hä? Jetzt kommt der Villager hinter mir her. Ja, hier, hau mal ab, jeder. Ich sperre dich hier drin ein. Okay, ja, alles gut, alles gut, Kasper, alles gut. Hä, bist du die Hake? Bist du die Hake irgendwo? Wo bist du denn? Ich bin nicht die Hake, nein, bin ich nicht. Na gut, na gut, okay. Hier oben, dann twitter ich mal hier oben. Haha, ja, das macht so viel Spaß. Hä, wo bist du denn? Ich bin hier nirgendwo. Nirgendwo bin ich. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Ja, hör mal auf, jetzt hier am Brunnen rumzulaufen. Ich seh dich doch jetzt gerade. Oh, hier ist eine Tür aufgegangen. Hier, der Villager. Schau ab, ja. Ja, der arme Villager. Ah, oh mein Gott, ich seh dich. Nein. Oh, stehen geblieben. Nein. Stehen geblieben. Hä? Wo bist du? Wo bist du? Hä, als wenn, wo bist du hinten? Ja, ich sag, du wirst dich niemals kriegen. Naja, glaub mir. Du kriegst mich niemals. Ey, was? Ich hab dich da genau gesehen. Ey, Mann, was? Oh mein Gott, da warst du einfach die Hake. Nicht schlecht. Oh, warte, okay, warte, dann komm mit. Sekunde. Okay, weißt du was? Hier. Was denn? Das ist dein Haus jetzt. Ja, mein Haus. Ich geb dir deinen Schlüssel. Das ist mein neues Haus. Ja, mein neues Haus. Du musst auch schon den Schlüssel nehmen, ne? Ja, ist ja gut, entspann dich. Jetzt kannst du die Tür noch fahren zu deinem neuen Heim. Ich will den Sieg genießen. Das ist hier mein Triumph, ja? Ja, ja, dann mach ruhig die Tür auf, Kaspar. Aufmachen und... Oh, oh Gott, wieder aufgelassen. So, zeigt mir hier was. Oh Gott, ja, viel Spaß. Hau rein. Oh mein Gott, wie cool. Bis zum nächsten Heim im Sieg, Kaspar. Danke. Ciao, ciao. Das hat es auf jeden Fall gewesen sein. Wenn ihr von der Merse möchtet, checkt unbedingt hier dieses Video aus, Leute. Klickt auf jeden Fall auf den Like-Button oder auf den Abo-Button noch und hoppt rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.